Das Märchen von Vater Braun Pittoresk waren Stadt und Staat Heiligwaldenstein, eines jener Spielzeugkönigreiche, aus denen bestimmte Teile des Deutschen Reichs immer noch bestehen. Der Staat war erst spät in seiner Geschichte unter preußische Vorherrschaft geraten, kaum 50 Jahre vor jenem herrlichen Sommertag, an dem Flambeau und Vater Braun sich in seinen Gartenwirtschaften befanden und sein Bier tranken. Während der letzten Generation hatte es da nicht wenig Krieg und Willkürjustiz gegeben, wie gleich gezeigt werden wird. Doch wenn man sich Stadt und Staat nur so ansah, konnte man sich jenes Eindrucks der Kindlichkeit nicht erwehren, die ja die bezauberndste Eigenschaft Deutschlands ist. Jene puppentheatrischen, väterlichen Monarchien, in denen der König so umgänglich zu sein scheint wie der Koch. Die deutschen Soldaten vor ihren unzähligen Schilderhäuschen sahen deutschem Spielzeug merkwürdig ähnlich und die klar geschnittenen Zinnen des Schlosses sahen, vergoldet vom Sonnenschein, umso mehr vergoldetem Lebkuchen ähnlich. Denn es war das strahlendste Wetter. Der Himmel war von so preußischem Blau, wie es Potsdam nur hätte verlangen können. Und doch glich es noch mehr jenem verschwenderischen und satten Farbgebrauch, den ein Kind aus seinem billigen Malkasten herausholt. Selbst die graurippigen Bäume sahen jung aus, denn ihre spitzen Knospen waren noch rosa und ihr Muster sah vor dem tiefen Blau wie unzählige Kinderzeichnungen aus. Trotz seiner prosaischen Erscheinung und seiner allgemein praktischen Lebensführung war Father Brown nicht ohne einen Schuss Romantik in seiner Zusammensetzung, obwohl er seine Träumereien im Allgemeinen für sich behielt, wie das auch viele Kinder tun. Inmitten der kräftigen, strahlenden Farben eines solchen Tages aber und in dem heraldischen Rahmen einer solchen Stadt fühlte er sich fast so, als sei er in ein Märchen geraten. Er fand, wie ein jüngerer Bruder vielleicht, ein kindliches Vergnügen an dem beachtlichen Stockdegen, den Flambeau im Gehen zu schwingen pflegte und der nun senkrecht neben seinem mächtigen Humpen Münchner Bieres stand. Ja, in seiner schläfrigen Verantwortungslosigkeit ertappte er sich selbst sogar dabei, wie er den knorrigen und plumpen Griff seines schäbigen Schirmes mit den Augen schwacher Erinnerungen an die Keule eines Menschenfressers in einem farbigen Bilderbuch ansah. Doch niemals fügte er Dinge zur Dichtung zusammen, es sei denn die Erzählung, die jetzt folgt. Ich frage mich, sagte er, ob man wohl an einem solchen Ort wirklicher Abenteuer erleben könnte, wenn man sich dazu die Möglichkeit gäbe. Das alles ist ein herrlicher Hintergrund für sie, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass man dann eher mit Pappschwertern angegriffen würde, als mit wirklichen schrecklichen Degen. Sie irren sich, sagte sein Freund. In dieser Stadt kämpft man nicht nur mit Degen, sondern tötet auch ohne Degen. Und es gibt noch Schlimmeres. Wieso, was meinen Sie? fragte Father Brown. Nun, erwiderte der Andere, wir sind hier am einzigen Ort in Europa, wo je ein Mann erschossen wurde ohne Feuerwaffe. Sie meinen Pfeil und Bogen? fragte Brown verwundert. Ich meine Kugel im Kopf, erwiderte Flambeau. Kennen Sie die Geschichte des verblichenen Fürsten dieser Stadt nicht? Dabei handelt es sich um eines der großen Polizeimysterien vor etwa 20 Jahren. Sie erinnern sich sicherlich, dass dieses Land zur Zeit der frühesten Konsolidierungspläne Bismarcks gewaltsam annektiert worden ist. Gewaltsam, aber gar nicht mühelos. Das Reich, oder was einmal eines werden wollte, entsandte Fürst Otto von Großenmark, um das Land im Interesse des Reiches zu regieren. Wir haben sein Porträt in der Galerie gesehen. Er wäre sicherlich ein gut aussehender älterer Herr gewesen, wenn er nur Haare und Augenbrauen gehabt hätte und nicht so verrunzelt gewesen wäre wie ein Geier. Aber er hatte einiges durchzumachen, wie ich gleich erklären werde. Er war ein Soldat von hervorragendem Geschick und Erfolg, aber er hatte mit diesem kleinen Land keine leichte Aufgabe. Er wurde in verschiedenen Schlachten von den berühmten Gebrüdern Arnold geschlagen, den drei patriotischen Freischärlern, auf die Swinburne ein Gedicht schrieb. Sie werden sich erinnern. Wölfe im Ermelin, Krähen zu Königen gekrönt, mögen zahlreich wie Gewürm sein. Drei werden ihnen widerstehen. Oder irgendetwas dieser Art. Tatsächlich ist es keineswegs sicher, dass die Besetzung je hätte Erfolg haben können, wenn nicht einer der drei Brüder, Paul, sich verächtlich, aber entscheidend geweigert hätte, diesen Dingen weiterhin zu widerstehen und, indem er alle Geheimnisse des Aufstandes übergab, dessen Niederwerfung ebenso wie seine eigene Beförderung zum Kämmerer des Fürsten Otto sicherstellte. Danach wurde Ludwig, der einzig wahre Held unter Swinburnes Helden, mit dem Schwert in der Hand bei der Eroberung der Stadt getötet. Und der dritte Heinrich, der obwohl kein Verräter, im Vergleich zu seinen tatendurstigen Brüdern immer schon zahm, ja geradezu zaghaft war, zog sich in eine Art Einsiedelei zurück, wurde zu einem christlichen Quietismus bekehrt, der schon fast quäkerisch war und mischte sich nie wieder unter die Menschen, außer um fast sein ganzes Hab und Gut den Armen zu geben. Man hat mir erzählt, dass man ihn bis vor gar nicht langer Zeit gelegentlich in der Nachbarschaft sehen konnte, einen Mann in schwarzem Umhang, fast blind, mit wildem weißem Haar, aber einem Antlitz von erstaunlicher Sanftmut. Ich weiß, sagte Father Brown, ich habe ihn einmal gesehen. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe Father Brown, das Original von Gilbert Keith Chesterton in der Neuübersetzung von Hans-Willem Haafs gelesen von Michael Schwarzmeier Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.fatherbrown.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören und das Video